Heheh Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben Aber kein Problem, aber kein Problem Denn ich bin auf ALG, ich bin auf ALG 3 Promille und ich schreib gratis Du bleibst gerade, was du nicht sagst Du meins gegen eins, hast du Heiwands mit Aber kein Meiner ging, mein Sohn Was ist geschehen, mein Sohn Was ist geschehen, keine Sorge Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben